Hallihallo, hier ist Fury in the Slauters, zu Gast in der School of Rock. Heute präsentieren wir euch ein kleines bisschen Every Generation Get It Sound Disease. Jetzt sage ich mal kurz, wie das geht oder wie es auch nicht geht. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Wir brauchen vier Akkorde dafür. Wir brauchen A, wir brauchen F, wir brauchen C und wir brauchen G. Okay, ab geht's mit der ersten Strophe. Die erste Strophe, das ist A und F und ich spiele es halt in meinem Riff. Das könnt ihr dann üben, aber der vierte Finger wird viel benutzt und zwar geht der Riff folgendermaßen. Und dann kommt, wenn wir zum ersten Refrain kommen, bleibt der erst mal auf A-Moll. Zweite Strophe wieder dasselbe und dann kommt der zweite Refrain und da verändert wir beide. Kann man Sprower sehen. Und dann kommt, wenn wir die Träntegestelung ansprechen. Dann kommt, wenn wir ein Körper vrai klemschfamern. such an, wir bekommen dieouden um並окойphäre. Aber mit denen bekommt man Augenblumen nach vorzuschfam. Und dann kommt er fest auszudenken. Und dann kommt jemand da und von einem Freizeit her. Und dann kommt noch so ein Zehteil, das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist zum Grunde genommen der ganze Song. Genau, nicht schwer. Viel Spaß beim üben und wenn er eine Version abschickt, sie uns zu und wir werden dann ein Bier verlosen unter den Besten. Genau. Rock Antenne, der beste Rock non-stop.